Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zu einer Folge Minecraft SkyBalllog. Wieder ohne Flow. Ähm, kurz mal Tastatur richten. So, ähm, was hab ich denn heute vor? Ich glaub, wir werden uns heute auf den Weg machen, uns, äh, unser Haus zu bauen. Und zwar würde ich sagen, mach ich das... Ja, muss ich das aber eigentlich so auf bloße Höhe machen, den Weg. Aber eigentlich würde ich den hierhin machen. Ja, ich mach hier den Weg hin. Ich sollte vielleicht auch Ressourcen mitnehmen. Sieht echt schön aus hier, ne? Jetzt, so. Oh, Mann, ähm, ich hab grad noch zwischendurch ein paar Framer in Brüche. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ist ein bisschen doof, aber egal. So, dann mach ich noch mal ein paar Slabs. Dann nehmen wir hier noch mal das mit und... ...machen so. Pilze könnte ich auch gleich. Ja, egal. Wow. Ich bin begeistert. Ähm, ja. Jetzt einfach nur ganz stumpf eine Folge. Haus bauen. Ich hab nichts anderes jetzt geplant. Außer das Haus bauen hatte ich in der letzten Folge oder so irgendwie gesagt. Dass wir noch irgendwas machen, ne, ne? Eigentlich geht's jetzt ans Haus bauen auch, ja. Und... Ja, würde ich sagen, wenn wir das Haus fertig haben... ...geht es daran, ein paar Schilder zu bauen und... ...und, ähm, das, äh, die ganzen Wege hier mal zu beschriften, hab ich mir so überlegt. Das muss ja auch langsamer irgendwie gemacht werden. Das ist dein Ernst? Danke. Ähm, außerdem müssen wir Schilder ja sowieso machen. Oh, meine Maus ist schon wieder total behindert. Ich hasse es. Äh. Ja, mir ist, äh... Ey, ich hab's immer noch nicht geschafft, mir eine neue Maus zu kaufen. Ich weiß nicht, wann ich das hinkriegen werde. Äh, erst nächsten Monat wahrscheinlich irgendwann. Das ist das Problem. Aber, was soll's. Ist es halt so. Also, muss ich jetzt noch damit klarkommen, dass meine Maus jetzt ein bisschen absparkt. Vielleicht soll ich's doch einfach mal, keine Ahnung, aufschrauben oder so. Und gucken, ob das daran, ob da unten irgendwie so ein Wackelkontakt oder so ist. Oder irgendein Kontakt ist. Der ein bisschen rumfällt. Aber, egal. Ich halt's ja so aus. Ist zwar ein bisschen nervig, aber... Egal. Hab ich das eben gemacht? So hab ich gebaut, ne? Genau. Ach, ja. Ja, die letzte Folge war ein bisschen sehr lang, ne? So, 32 Minuten war sie, glaub ich, lang. Aber, ja, ich hab mich halt mit dem Thema verquatscht ein bisschen. Und ich wollte halt auch nicht... Ähm... So beenden einfach. Den Part ohne fertig geredet zu haben. Aber, ich denke mal, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich sollte aufpassen gleich. Ich will da gleich nicht runterfallen. Ich sneak mal. Lieber. Ähm... Ja, und... Ich mein, mal einen längeren Part ist ja auch nicht schlimm, oder? Da beschwert sich keiner, wie gesagt. Schätze ich jedenfalls mal. Der kann raus. Zack. Zack. Kann ich den auch raushauen, ne? Genau. Nein, nicht den. Den. Zack. Slaps. Egal. Ach, ja. Wir brauchen hier mehr Slaps, als erwartet, ey. Ich hab jetzt nicht gedacht, dass wir so viele Stacks an Slaps brauchen werden. Aber gut, ist es halt so. Und ich weiß halt auch nicht, wie groß ich mein Haus machen will. Shit. Ich mach jetzt einfach mal... Ähm... Wenn hier jetzt so eine Tür reinkommt... Ach, keine Ahnung. Ich mach mal jetzt... Was haben wir? Zwei. Machen wir mal... Drei, vier, fünf, sechs, sieben... Sieben, acht, neun, zehn, elf... Zwölf Felder in diese Richtung. Ich denke, das dürfte okay sein, so. Dann brauch ich auch definitiv gleich ein paar mehr Slaps. Dann nochmal hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Zwei. Zack. 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 So, dann haben wir hier wieder Mittelstein, ne? Genau. So. Den gleichen haben wir hier hinten auch nochmal. Dann... Ja, kann ich hier eigentlich schon anfangen... ...die Zäune hinzuhauen, genau. So, zack und zack. Dann brauchen wir neue Slaps. Hab ich noch... Wieso hab ich kein Essen dabei? Wo hab ich mein Essen denn gepackt? Oder hab ich mein Essen aufge... Nee, ich hab's nicht aufgegessen, oder? Kartoffeln drin. Nehme ich mal eben die Äpfel mit. Dann brate ich gleich mal die Kartoffeln. Nachdem wir jetzt hier... ...das alles erstmal abge... ...mhm... ...äh... ...weggezogen haben, weggepackt haben, weggemacht haben, was auch immer. Abgeerntet. Das war das Wort, was mir nicht einfiel. Genau. So. So. Die Folge hier ist auch übrigens fast komplett frisch. Ich mein, jetzt ist... ...der Vortag, beziehungsweise der Vorabend. Die Folge ist... ...kommt jetzt so in... ...mass ich mich kurz rechnen. 16 Stunden online. Ist jetzt 22.30 Uhr. Ich hau die ja immer um 14.30 Uhr online, die Folge. Skyblock. Was hat Flo gesagt? H7. Ist richtig, ne? Genau. Zack. Alter 7. Nein. Shit. Das ist Alter 7. Alter 7. Sonst ist hier, glaub ich, nichts mehr. Alter 7. Nein. Da muss ich gleich nochmal eine neue Hole holen. Dein Ernst. Und hier auch nochmal. Alter 7. Und 7. 7. Nice. 4. 6. Oh. Schade. So. Oh Gott, das war knapp. Ach, ich scheiß auf die Hole. Scheiß auf die Hole. Egal. Packen wir das zurück. Dann kann ich mir noch ein bisschen Brot machen. So, dann kann ich den Apfel auch wieder zurückpacken. Und da wollte ich Slaps mitnehmen. Genau. Und die Kartoffeln braten. Stimmt. Oh. Okay. Und... Mach ich noch mal. So. Dürfen wir jetzt aber auch hoffentlich genug Slabs haben. Hoffentlich. So. Gut. Dann. Genau, hier wollte ich jetzt schon mal Zaun hinhauen. Lala. Lalalala. So. Okay, wie viel machen wir denn in diese Richtung? Machen wir auch nochmal zwölf kommen. Eins, zwei. Zwei. Hä? Ah. So, darf ich da jetzt wieder nicht draufstehen? Ne, wie es aussieht nicht. Ha. Wieso hatte ich das Problem eben nicht? Äh, eins, zwei, drei, genau. Vier. Fünf. Äh. Fünf. Ist das dein Ernst? Ich hasse meine Maus, Alter. Fünf. Sechs. Sieben. Gut. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Gut. Kommt hier wieder ein Eckstein hin. Zack. Komm, geht das jetzt wieder? Nein. Das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Tut mir leid, Leute. Äh. Eins, zwei, drei. So, jetzt muss ich einfach nur... Warum ist das... Warum... Wieso haben wir das jetzt? Diesen komischen Bug. Den hatten wir doch eben auch nicht. Achso, wir müssen einfach nur... Stimmt, bis danach da hinten. Bis zu der... Dings. Wieso? Moment. Das war jetzt doof. Wisst ihr, was ich jetzt mache, Leute? Könnte jetzt vielleicht ein bisschen scheiße sein. Aber... Nur um die Umrandung davon zu ziehen. Oh. Das ist so behindert, ne? So. Mehr mache ich jetzt nicht mit dem Fliegenmodus. Nur um die Umrandung zu ziehen, weil sonst ist das viel zu nervig. Viel zu, viel zu nervig. So. Dann kann ich jetzt nämlich auch leichter halt hier den Rand ziehen, sag ich mal. So. Zack. Also habe ich jedenfalls einen Weg, wo ich drauf sneaken kann weiterhin. Das heißt, ich weiß nicht. Ich frage mich auch, warum das eben nicht funktioniert. Also eben funktioniert hat, aber jetzt wieder nicht mit dem, auf den Slabs. Bauen. Hm. Gut. Komisch, aber... Naja. Was soll's. Können wir jetzt nicht ändern. Zack, 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 zack. Dein. Eh. So, 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 so. Gut. Dann können wir hier drauf nämlich eigentlich gleich unser Haus schön bauen. Das ist eine ganz gute Fläche. Darum ist der Enderman, okay. Würde ich sagen, ausleucht müssen wir dann später auch noch auf jeden Fall. Das machen wir wieder mit Glowstone an den Ecken. Ja, ich denke schon. Ach komm, das ist, das dürfte genug Platz sein. Eigentlich würde ich, okay, eigentlich wollte ich in die andere Richtung gehen, aber egal. Zack, 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 zack. Ach ja. Wir nehmen schon zwölf Minuten auf, Walter. Was, dein Ernst? Wow. Habe ich jetzt nicht so erwartet, aber okay. Wir brauchen hier echt viel, viel zu viele Slabs, finde ich. Na gut, das ist eine recht große Fläche. Ich bin froh, dass wir das jetzt aus Slabs bauen halt und nicht aus Cobblestone ganz normal. Ich glaube, das wäre, das wäre schlimm. Das wäre echt, nee. Zack, 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 zack. Nein, ah, das war, das war mein Fehler. Das kann ich diesmal leider nicht auf die Maus schieben. Verdammt. Aber egal, ist okay. Oder ist das groß genug, die Fläche? Also breit auf jeden Fall. So, war lang? Weiß ich nicht genau. So. Boah, haben wir noch ein Stack Slabs. Das reicht, glaube ich, nicht mal für die Imrandung, oder? Ah, nee. Ich glaube nicht unbedingt. Und das jetzt sind nochmal 25 Slabs, die wir hier verbrauchen. Für die Seite, glaube ich. Nee, reicht nicht. Und das hier sind jetzt auch nochmal 12 Slabs eigentlich. Aber dann machen wir uns jetzt hier einfach ein Workbench. Nein, 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 nein. So. So, das reicht. Ich merke gerade, wir haben vielleicht einen kleinen Fehler gemacht. Aber egal. So, dann kann ich mit dem Grundgerüst schon mal anfangen. Ich würde sagen, hier fängt es an. Tür. Holz. Fenster. Holz. So. Tür. Eins, zwei, drei. So. Hm. Klappt gerade so, muss ich sagen. Klappt gerade so. Wow. Habe ich mich gerade erschrocken. Ähm. Nein. Vier, fünf. Habe ich dann ja, genau. Dann hier wieder einen hin. Und hier. So, genau. Schön. Dann hätten wir das Grundgerüst schon mal. Zack, 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 zack. Okay, nice. So, gut. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Gut. Okay. Hei, hei, hei. Händerperle, nice. He, he. Ich muss ihn ätzen, dass es jetzt ein bisschen nass ist, aber egal. So, dann brauche ich jetzt Holz. So, sorry, kurz Unterbrechung. Oh, hi. Noch eine Enderperle, schön. Wir haben halt die Challenge geschafft, dass wir Enderperlen sammeln müssen. Äh, ja genau. Ich habe jetzt Holz geholt. Das verarbeiten wir einmal komplett. Ouch. Äh, und dann kann ich mir mal die Kartoffeln holen. Da. Super. Und dann hole ich mir auch gleich mal... Ähm, die hier. Dann müssen wir noch ein paar Trapdoors bauen. Die bauen wir so, genau. Zwei auf jeden Fall. Machen wir mal... Machen wir mal die ganze Stack hier aus. Trapdoors. 16 dürfen reichen, hoffentlich. Brauchen wir aber nochmal... Ein paar Zäune. Ich denke, das dürfte auch reichen. An Zäunen. So. Guck, dann machen wir das nämlich einerseits so. Erstmal. Keine Kacke. Warte, mache ich das weg. Das weg. Zack. Zack. Einen habe ich hoch, genau. Einen höher. Das wollte ich jetzt nicht. Äh, das brauche ich gerade nicht. So. Zack. Zack. Einmal rüber, bitte. Dann. Nein, gar nicht. Das weg. Äh, das dahin meine ich. Zack. Zack. Okay. Danke für den Klausel. Das. So, jetzt muss ich da nochmal kurz hoch. Okay. Hey, Mr. Zombie. Hey, Mr. Zombie. Was geht? Ich hätte hier vorher vielleicht ausleuchten sollen, aber okay. Zack. Ach, genau. Da kommt da keine hin. Danke. Hallo, Zombie. Ich habe dich gesehen. Du bist ganz schön schnell. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass du so schnell bist. Ähm, habe ich hier noch? Ja, ich habe hier Slaps. Okay, danke. Brauche ich den nämlich eben. Einmal. Eins, zwei, drei. Zack. Zack. Eins, zwei, drei. Zack. Zack. Geh weg. Nein. Aha. Eins, zwei, drei. Zack. Und. Zack. Eins, zwei, drei. Zack. Und. Zack. Eins, zwei, drei. Zack. Und. Zack. Okay. Oh, hi, ha. Aua. Ah. Kriege ich das hin? Ja, kriege ich. Okay, nice. Kann ich nämlich hier oben drauf stehen bleiben. Eins, zwei, drei. Zack. Und. Zack. Eins, zwei, drei. Zack, zack. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jetzt mal sage. Aber scheiß auf die Symmetrie. So. Wir haben nicht genug Trapped ausgebaut. Alter Vater. So, dann würde ich aber auch gerne noch. Hier dann Glowstone raufbauen. Oh Gott. Okay, das mit dem Glowstone war ich noch schnell zu Ende. Dann beenden wir den Part. Dann fangen wir, bauen wir im nächsten Part weiter. An unserem Häuschen. Oh, Maus. Dein Ernst. Okay. Zack, zack. Zack. Und zack. Und. Haben wir sogar noch. Eingelost und übrig. Schön. Ähm. Ich habe keine Zäune mehr. Moment, aber. Ich mache jetzt nochmal kurz welche. Sechs dürften auch reichen, oder? Ja. Denn ich würde gern. Hier in die Mitte. Dann auch nochmal ein Glowstone raufbauen. Dann passt das. So. Gut. Und dann kann ich schon mal euch die Anfänge zeigen. Denn ich will hier anfangen damit zu bauen. Dann hier. So. 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 Zack. 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 Und. Zack. Könnt ihr schon sehen. Wird das Haus halt. So. Hier. Halt. Lang gehen. Ähm. So. Dann kommt. Hier die Tür rein. Später. So. Dann kommt hier noch. Egal. Da kommt dann auch noch Slaps rein. Genau. Auf jeden Fall. So. So. Und so wird das halt. So wird halt auf jeden Fall das Untergeschoss aussehen. Aufgebaut sein. So. Dann hat man hier halt so einen kleinen Wohnraum. Und oben kann man halt das. Die Fläche noch weiterführen. Sag ich mal. Hier. Der Boden wird dann ausgehöhlt mit einem anderen Holz. Oder mit Stein. Oder. Ähm. Stone Bricks oder wie das sind. Äh. Irgendwie. Ich glaube ihr wisst was ich meine. Äh. Ja gut. Dann würde ich sagen Leute. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns bei das. Nächste Mal wieder. Haut da rein. Na.